Also hier ist normalerweise gut, frei, aber ansonsten ist es sehr schwer was zu bekommen. Was heißt laut? Man versteckt sich in der kleinen hinteren Ecke, wenn es geht. Und wenn nicht, muss man weiterfahren. Lenkzeit ist so eine Sache. Meistens schläft man dann beim Kunden, meistens, weil Parkmöglichkeiten sind, gerade nicht viele fahren. Die Pausenregelung sieht so aus, dass man nach viereinhalb Stunden Fahrzeit Pause machen muss. Im Haushalt sieht es wieder ein bisschen anders aus. Da wird es am besten gesehen, wenn man vier Stunden fährt und eine Stunde Pause macht. In Deutschland ist es immer noch so, viereinhalb Stunden fahren, dreiviertel Stunde Pause machen. Ja, in Frankreich, kurz hinter der Grenze in Baden-Baden. 300 Liter nachts auf dem Parkplatz geklaut. Ja, ein Tankschloss geknackt und abgezapft. Morgens eine Zündung angemacht und dann gucken wir, ob der Tank leer ist. Der Tank muss ich morgen früh. Aber jetzt mache ich jetzt mal eine Pause und komme jetzt von Bayern, aus dem Allgäu. Ja, elf Stunden um, zehn Stunden sind voll. Ja, ich mache hier elf Stunden Pause und morgen früh geht es weiter. Ja, also für die Preise, da kaufe ich mir lieber bei Aldi damit zu essen und koche dann selber. Hilft ja nichts. Weil die Spesen, wenn man sieht, der Spesensatz zum Beispiel, das bringt ja auch nichts. Aber die zwölf Euro, wenn man da wirklich jeden Tag essen müsste, muss man ja Geld mitbringen. Dann gibt es Dosenkarte. Ist schwer, ist schwer. Aber du findest deine Parkplätze, findest du schon. Zum Beispiel der Rasthof hier, der hat sich super gemacht. Früher war das ja hier ein Rattenparadies. Umso dunkler es wurde, umso größer wurden die Tiere hier. Und seit die dem umgebaut haben, die duschen und alles gemacht haben, essen kannst du alles, super kannst du ja. Früher gehörten wir zu den Bösen mit 6000 Kilometer die Woche. Ich sage, alles, was keine Punkte gegeben hat, haben wir gemacht. Du hast dir deinen Schlaf schon geholt. Und zwar in jüngeren Jahren, sag ich mal, da bekommst du mit drei, vier Stunden Schlaf aus. Es ist so. Jetzt muss ich, ich muss jetzt eine elf Stunden Pause machen. Davon schlafe ich gerade mal sechs Stunden jetzt.